Big Brother hat ja die Iduna bekanntlicherweise rausgeschmissen und nun in der Sendung nennt man den Grund und zwar der Grund ist, wie die Iduna die Isar angegangen hat. Wahrscheinlich hauptsächlich wegen dem Satz, hier wirst du verrecken, das hat die Iduna zu der Isar gesagt. Also sie meinte, dass das Publikum die Isar nicht liebt, sie runtergewählt hat und hier in der Gosse wird sie jetzt verrecken. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Was man aber anscheinend bei Promi Big Brother ganz normal und unproblematisch findet ist, dass die Isar mehrfach zu Iduna sagte, du bist ein ganz armes Wesen. Also die Iduna ist ja eine transsexuelle oder sagen wir umoperierte transsexuelle und diese als Wesen zu bezeichnen, also das ist jetzt auch nicht gerade die feine englische Art. Also wenn man die Iduna rausschmeißt, hätte man eigentlich auch die Isar wenigstens rügen müssen, aber das hat man ganz unproblematisch anscheinend eingestuft. Huh.